So, wir kommen zurück zu Let's Play Minecraft. Immer noch mit den Shader und, äh, ja. Fromm fröhlich frisches Schafe abmetzeln. Genau. Wird ich jetzt grad dunkel? Egal. Und irgendwie ist bei mir die FPS im Eimer. Und ich weiß nicht warum. Machen wir mal mit der Musik, Moment. Die Musik müssen wir nochmal von Anfang an hören. So. Wenn schon, denn schon, ne? So. Dann fangen wir mal weiter. Ach guck, der Kass ist grad bei mir ab. Ich könnte mir auch helfen, aber nö, der soll ja seine Arbeit hier machen. Weil wenn wir den schon knechten, dann auch richtig. Ja. Es ist jetzt übrigens einen Tag nach dem Weltuntergang. Also paar Minuten nach dem Weltuntergang. Ja, auch 44 Männer nach dem Weltuntergang. Wie, so spät schon wieder? Ja. So spät ist es schon wieder. Wir sitzen hier grad in unserer Rettungskapsel und fliegen Richtung Planet X, der nicht existiert. Aber wir fliegen trotzdem hin. Und besiedeln da die Menschheit neu und so. Fragt uns nicht, wie wir das machen wollen. Ja, ich wollte mich ja auch mal... Ach ja, du wolltest mir ja deine EP geben. Ach ja, wollte ich das. Wie ging das nochmal? Slash XP. Also einfach Slash dann X und P machen, ne? Ja. Okay, ich habe 15. Okay, du hast 15. Ja. Slash XP. Ich habe 868. Okay. Also 868 plus 15 sind 838. Jetzt magst du einfach Slash XP Set 883. XP Set zusammen. Ne, auseinander. Ja. Set und dann 800. Ach so, du kannst es nicht, warte. 838. Oder habe ich dich schon wieder OP'd? Du hast mich OP'd. Soll ich das einfach machen? Und dann habe ich deine EP. Ja. Okay. Ich muss halt meine dann auf... Okay, ja, dann hat es alles. Ja gut, dann habe ich jetzt deine EP. Ist gut. Gut, dann mache ich jetzt... Ich mache ein T-Slash XP Set 0. Jetzt habe ich 0 wieder. Und ich mache mir jetzt eine Schaufel und tue die jetzt, ähm... Weil ich finde, das ist einfach nur fair, weil ich kann mit den XP eh nix anfangen. Ich könnte mir auch eine Schaufel entscheiden und dir dann geben, weil ich sie nicht brauche, wenn ich wieder weggehe. Ja, ja, aber... Also, es ist alles... Wird das bei mir angezeigt? Wird es angezeigt? Ja. Nö. Ich will keine Buhlsamkeit drauf haben. Buhlsamkeit... Haltbarkeit... Ich hätte das schon gerade... Buhlsamkeit 1, der schon vor besteht, Haltbarkeit 3 da. Jetzt fehlt der Glück 2. Effizienz. Haltbarkeit 3. Effizienz 4. Mir geht nur Haltbarkeit 3, oder was? Mehr geht nicht, ne? Haltbarkeit 3 ist Maximum. Und Effizienz 4 ist Maximum. Ne, 5. 4. 5. Ja, ist aber selten, ne? Aber du bekommst es nicht mit Haltbarkeit zusammen. Ja, dann mache ich jetzt einfach Haltbarkeit 4 und Haltbarkeit 3. Das ist eigentlich das Beste, was du kriegen kannst, ja. So, wie mache ich das jetzt? Und jetzt habe ich eine, die ich mir immer wieder reparieren tue. Ich nehme mir jetzt mal einen Diamanten. Ich will mal wissen, wie viel ich... Wie viel... Ähm... Ich brauche... Wenn ich... Bäh... 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 Das sieht ja scheiße aus. Okay, ähm... Wie viel würde ich jetzt machen, um die hier zu reparieren? Also wie viel müsste ich da... Zu teuer steht. Hä, warum geht das nicht? Hä? Das ging nochmal. Man konnte doch mal einen Diamantschaufel mit Diamanten wieder reparieren. Warum geht denn das nicht mehr? Äh, ne, das geht nicht. Warum geht denn das nicht? Habe ich vorhin ausprobiert. Doch, es geht, es geht. Das geht nur nicht mit deiner, da. Wie viel muss ich da? 28? Achso, meine ist ja auch Mega-Enchanted. Das geht nicht mit Mega-Enchanted, ja. Habe ich mir schon gesagt. Zu teuer stand da. Das geht einfach nicht. Na ja, gut. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ich mag ja immer noch den Shader hier. Also ich geh jetzt nicht zurück. Ich mach einfach jetzt Home. Schon sind wir da. Ist da auch dein Home-Punkt oder du guckst gerade irgendwie? Naja. Ja, ich guck gerade in die Ferne und warte auf bessere Zeiten. Muss ich nochmal da diesen, diesen, diesen. Weil auf dem Weltuntergang brauche ich ja nicht mehr warten. Der ist ja schon rum. Diesen Ding hier. Und dann... Warte, ich guck mal, wo sind wir eigentlich stehen geblieben? Da hinten, okay. Okay, ich hab jede Menge Wolle. Halt, vergisst du. Ah ja, ich kann die Leermatten wieder rein tun. Was will denn jetzt dieses Programm hier von mir? Nee, später durchführen. Ja. Ähm, ja. Das brauch ich jetzt mal. Hier, das wird... Ui, das sieht schon aus. Ich hab Ding Wolle. Das sieht ja mal schön aus. Das sieht geil aus, echt, ne? Da schmeiß ich gleich die Schere vor Freude weg. Also das haben sie perfekt. Eigentlich, das so Sonnstrahlen sind perfekt. Jetzt muss ich ja irgendwie hochkommen. Ich hab schon eine Idee, wie. Slashfly. Ja, aber das bringt mir nix, weil hier hinten noch kein Sandstein ist. Wir brauchen Sandstein. Ich geh Sandfarm, ich mach den, den Teppichboden. Hallo, guten Tag, wollen Sie Teppichboden kaufen? Nein. Nein. Dann nicht. Äh, hallo, lol. Irgendwie will mein Minecraft grad nicht mehr, so wie es vorhin. Wir brauchen sehr, 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 sehr viel Sandstein. Weil das hier müssen wir noch komplett ausfüllen. Außenrum muss jetzt noch mal komplett, also die Seite da noch komplett Sandstein. Aha, aha, ja. Huch, 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 da ist hier das Mikrofon. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich das hier verlegen, aber das geht ja nicht. Ach, wo, weißt du, ich mach jetzt die andere Seite vom, vom Gang. Brauchst du Wolle, ich hab genug. Ne, ne, brauche ich nicht, weil, man, dann muss ich ja eigentlich nur... Was ist denn meine Geräusche eigentlich aus? Was wollen die scheißen? Ja, anfangen. Äh, warte, Moment, äh. Zwei, drei, und dann hier muss es ja eh nur anfangen, weil das ist ja nur... Das sieht ja kein Mensch, weil hier ist ja der Boden. Genau, das wäre jetzt zu viel. Ach ja. Ach ja, ich hab jetzt... Oh, Mist, ich hab vergessen zu gucken. Aha. Ich hab vergessen zu gucken. Meister, guck ich jetzt noch mal, bis zum Gleich. Da war das. Wo bin ich denn da jetzt? Ach hier, genau. Also, so sieht das aus, sieht man ja. Kriegt man ja Aids von. Wie? Kriegt man Aids von, oder was? Von was? Nö, man sieht im Moment nur so, wie es auch jetzt im Moment schon aussieht. Nur, dass die Wand hier noch nicht so hoch ist. Spoilerst du grad? Nö, noch nicht. Dann hau ich dich, wenn du das machst. Also, das ist dann, äh, 65 hoch. Alter, warum ruckelt denn die Scheiße hier so extrem? Okay, dann kann ich das schon mal machen, bevor ich jetzt hier irgendwas mit Sand mache. Aber warum muss ich das wieder wegtun? Ich glaube, der Shader macht's nix mehr mit. Warum? Keine Ahnung, es ruckelt die ganze Zeit. Das ist ein PC so schlecht. Ja, ich hab dir nur denselben wie du. Ja, das ist ja, das sind nur so dran. Naja, ich glaub, das ist irgendwas anderes. Keine Ahnung. Meine Fresse hier. Ich glaub, ich mach mir dann einfach nochmal ne Gomp- Stinknormale, irgendwann ne Stinknormale, ähm... Bin ich immer noch im Flugmodus? Nö. Oder, warte. Ne. Mach mir dann nochmal ne Stinknormale Spitzhange ohne Behutsamkeit und Glück. Einfach nur nochmal voll entschädtet. Und so haben wir hier geht und dass ich dann die dann auch mir immer wieder zurückhole. Was ist trotzdem? Ich komm mir doch nicht mehr raus. Oh, geht ja nicht. Geht ja nicht. Tut mir leid, aber das muss ich machen, sonst muss ich mich hier in Erde hochbauen. Ach, okay. Okay. Ja. Da. Da. Hm. Wenn mein Block aufbau, das sieht irgendwie aus wie eine Bildstörung. Bei mir ist es so schnell, das sieht man gar nicht. Hm, ich mach das jetzt einfach mal bis hier. Ich glaub, die Wolle reicht hier sogar. Wir brauchen gar nicht mehr Orange-Wolle. Für was? Für den Gang, ich bin fast fertig. Ja, für den Gang. Da, wo du jetzt Gang hingemacht hast, müssten wir den dann nochmal wegmachen, weil... Ähm, ich muss ja erst noch das Rettstern machen, ne? Und dann die... Die... Ja, nee, die... Du musst ja da nicht mehr ran. Doch. Nee. Doch, ich muss ja dann... Naja, muss ich eigentlich nicht... Ja, aber du kannst es da drunter platzieren, das geht. Ja, ich mein, ich muss doch da noch die, ähm... Den Sonnstein sparen. Ja, komm, ist doch egal. Nee, ey. Wir brauchen jetzt noch sehr, sehr viel hier außenrum. Boah, dann geh ich noch ein bisschen farmen, meine Güte, das macht nix. Ja, mach ich ja auch. Dann können wir aber die andere Seite wieder... Äh, nee, dann lassen wir es ja nicht. Dann ist es halt ein bisschen zusammengeschustert, macht ja nix. Sieht man ja nicht. Ja, ist ja egal. Ah, jetzt hat sich der PC wieder beruhigt, jetzt läuft er wieder einwandfrei. Oh, Mist. Äh. So, ich bin fertig mit Boden. Und ich hab immer noch jede Menge übrig. Gut, dann kannst du... Das heißt, um genau zu sein. Dann kannst du, ähm... Nee, kannst du nicht, dann müssen wir auch erst mal noch die Dicke reinmachen. Das geht nicht. Ja, dann kannst du mal Sand farmen. Sag ich doch. Ja, genau. Und jetzt da brauchen wir... Jetzt wird jetzt einfach alles auf die Höhe gesetzt und dann... Ist das schon gut. Hilfe. Habe ich noch? Ja, habe ich sogar noch. Mache ich es einfach so. Das sieht zwar kein Mensch, aber... Ach ja, genau. Das geht dann hier und dann geht es dann da. Oder war das so? Ey, geht gar nicht mehr. Das lassen wir, dann machen wir das so einfach. Muss das mir dann nochmal angucken. Äh, ja. Ist halt ein bisschen komisch hier, weil ich... Ich weiß jetzt... Nicht mehr genau, wie hier die Ecke war. Blöd. Müssen wir so wieder Erde holen, weil das geht sonst nicht. Komplett. Was brauchen wir dann eigentlich für oben? Rote Wolle, ne? Jep. Dann müssen wir die Schafe rot färben. Ja, danach. Und dann färben wir sie wieder weiß, denke ich mal. Knochenmehl haben wir ja hier noch. Ja, und Blumen haben wir auch genug, außerhalb für die Dekoration dann nicht mehr. Ja, mal gucken. Das organisier ich dann schon. Ja, das farme ich mir schon zusammen. Das geht schon. Ich habe da so einen Raum, da funktioniert das. Ja. Mit passender Musik, äh, sehr schnell Erde verlegen. Also irgendwie ist mein Client gerade richtig im Arsch. Oh. Hab nichts mehr. Ich habe gedacht, du farmst Sand. Ja, ich kann nicht. Mein Minecraft hängt auf. Achso. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was hier los ist. Jetzt geht es wieder. Ich gucke wahrscheinlich nicht in die Kiste, wenn ich weiß, dass hier Erde drin ist. Jetzt kommt die Musik schon wieder. Ach, egal. Ich mag die Musik ja. Die kann ich mir stundenlang anhören. Wie ich den Chiana Sister Soundtrack. Und so weiter. Und so weiter. Dann sollte ich mich mal ans Rettstern verlegen gehen. So lange dauert das ja nicht mehr. Und dann könnten eigentlich schon mal die ersten so kommen, oder? Denke ich mir. Wenn die erste, wenn die unterige Etage fertig ist. Jupp. So. So. Das ist halt noch alles. Hä? Ja, ja, der geht mal kurz raus. Wir brauchen ihn ja jetzt vorübergehend nicht. Ja, wir bräuchten halt dann noch... Ach, das ist der Server wohl. Jetzt, wo er runter ist, geht es bei mir irgendwie wieder. Muss der Server sein. Sinnlos, aber naja. Ja, wenn da mehrere Leute drauf sind, dann muss der Server mehr laden. Ja, kann sein. So sinnlos ist das gar nicht. Wie schön das hier aussieht einfach. Und die fliegen den Inseln da oben. Die passen irgendwie nicht hier so hin. Und ich müsste hier irgendwie dann noch so einen Weg... Also ich würde hier gerne... Hier so einen Weg zu meinem anderen Haus hin machen. Da hinten so. Würde ich gerne so machen. So mit Tunnel und mit Minecraft-Strecke vielleicht. Und dann so zwischendrin auch noch was hinbauen und sowas. Keine Ahnung. Können wir ja um... So ein bisschen größeres Gebiet... Erschließen. Genau. Das hier ist ja schon riesig, aber dann halt... Den Weg dazwischen... Ja, noch riesiger. Den Weg dazwischen halt noch so ein bisschen... Verschönern. Mit Weg und so. Wow, der Neta ist atomenverstrahlt. Ich weiß, das ist einfach... Hammer, was hier dieser Mod macht. Ja. Ich tue hier nur ein bisschen Erde loswerden, ne? Also... Wer... Wer sich wundert, warum... Ich will nur hier... Achso, du sagst es deinen Zuschauern. Ja. Wer sich wundert, warum ich jetzt nicht am Haus bauere. Ich will nur hier einfach nur die Erde loswerden. Und dieses Loch sieht auch irgendwie blöd aus, dann. Ich kann mal noch so schließen. Das Loch hier nicht ist zu... Hier ist Sand. Ne, jetzt lassen wir. Oh, die Wüste sieht aber dolle aus. Was ich mir noch nicht angeguckt. Irgendwas macht hier riesig viel Schatten, obwohl hier überhaupt kein Schatten ist. Wahrscheinlich Wolken. Ja, aber mir sind irgendwie keine Wolken. Ich habe eingestellt. Also hier... Ne. Also das Wolken... Die Fouls sind, aber hier sind keine. Also... Ich verstehe das nicht. Ich habe da keinen Plan. Und ich muss was essen. Wolle ich jetzt hier den Rest da rum weiter verlegen? Ach ja. Wie viel Sand haben wir eigentlich noch? Keine Ahnung, haben wir auch noch Sand? Anders, da komme ich aus dem Haus nicht mehr raus. Ich muss fliegen, sonst... Warum ist die Kiste offen? Ah, viel. Sandsteine. 16 Stück. Super. An vielen reichen Sandsteine Stufen. Die tue ich mal verbrauchen. Und dann, ja, müsste... Naja. Natürlich das Wichtigste ist ja hier das. Mann! Warum ruckelt die Scheiße jetzt so? Ich glaube, der Server läuft so lang. Ich hätte was denn ausgehabt. Mhm. Ich habe doch gesagt, ich fahren nach Wolle. Ach so. Und der Ding, der Käsekrung. Was sind das hier und das da? Koppels. Da unten, da drüben. Wer brauche ich davon nicht? Genau. So. Ist doch wie immer. Was lockt denn das rum? Ey, blöde Scheiße hier. Scheiß Shader wahrscheinlich. Ja, ich denke schon. So, wo trage ich ihn jetzt ab? Ja, wie, wo tragst du ihn jetzt ab? Der Sand. Ich müsste mal wieder meine Zeichnung hier rausholen. Ja, das ist tatsächlich der Shader. Der Shader löst das hier aus. Das sind diese rumbackenden Chunks. Jetzt fliege ich schon wieder. Ja, 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 ja. Ist ja gut jetzt. Ähm. Wie.